Da gibt es keine größere Liebe als diese, als wenn jemand sein Leben für seine Freunde hinlegt. Und es ist genau das, was Jesus für euch und für mich getan hat. Und er sendet euch aus mit genau dieser Botschaft in die Welt hinein. So radikal war seine Liebe, dass er bereit war, sein Leben für uns hinzugehen. Weil er euch nicht alleine aussendet. Er sendet euch nicht in eurer Kraft. Er schickt den Heiligen Geist mit euch mit. Und es ist sein Verlangen, dass er euch seine Macht gibt. Jesus sendet euch the same way the Father sent him. Genauso wie der Vater ihn gesandt hat. He has chosen you. So hat er euch erwähnt. Und er sendet euch. To manifest his power. Seine Macht darzustellen. And to reflect his image and his glory upon this earth. Und sein Ebenbild und seine Herrlichkeit auf dieser Welt wieder zu kommen. Jesus Christ. Jesus Christ. You are my one. Dears I love him. From Stuttgart, Germany. The youth of Germany belong to Jesus. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. You are my one. Jesus Christ. Lord give me He 1977. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ.